Ich danke der Geschäftsführung der Werftengruppe für ihr Vertrauen, dass ich die erarbeiteten Ziele und Strategien als Berater und anschließend als Interimsmanager in der Funktion des Leiters Technik ab 2011 erfolgreich umsetzen darf. Im Anschluss sehen Sie, welche internen und externen Gewerke und Funktionen im Unternehmen von mir koordiniert werden. Vom Stahlzuschnitt über den Stahlbau, dem Sektionsbau, der Konservierung und Lackierung, der Ausrüstung, der Montage, dem Absenken, dem Haber Acceptance Test, dem C-Acceptance Test, der Übergabe bis hin zur Inbetriebnahme und Indienststellung durch den Kunden. Den Mitarbeitern der Kompaktwerft danke ich für ihre Unterstützung.